Ein chinesischer Forscher der NASA wurde Samstagnacht verhaftet, als er gerade die Vereinigten Staaten verlassen wollte. Das FBI fing Bo Jiang im Flugzeug am Flughafen Washington-Dallas international ab. Jiang war Vertragsarbeiter im Langley-Forschungszentrum der NASA in Hampton, Virginia. Das US-Justizministerium klagt Jiang an, die Bundesermittlungsbeamten über elektronische Geräte belogen zu haben, die er auf seinem Flug bei sich hatte. US-Rechtsabgeordneter Frank Wolf klagt Jiang zudem der Spionage an. Jiang wurde mit Laufwerken, Festplatten und Computern gefunden, die Codes über Raketensysteme und andere Technologien enthalten haben könnten, für die sich das chinesische Regime seit langem interessiert. Am Montag stand Jiang vor dem Bundesgerichtshof und muss bis zu seiner Anhörung am Donnerstag in Haft bleiben.